Mein Name ist Nils Krause, ich arbeite als IT-Projektmanager bei der Fresenius NetCare. Die NetCare ist der interne IT-Dienstleister innerhalb des Fresenius-Konzerns. Wir haben 700 Mitarbeiter an ca. 45 Standorten weltweit. Wir suchen Praktikanten im IT-Projektmanagement. Unsere Projekte sind international ausgerichtet. Wir haben ein sehr spannendes Umfeld. Wir sind spezialisiert auf internationale Großprojekte. Innerhalb des Praktikums besteht die Möglichkeit, unsere erfahrenen Projektmanager zu begleiten. Und für einen Studierenden ist es natürlich sehr interessant, dann auch mal ein Werk von innen zu sehen und dort zu sehen, wie die Abläufe sind. Wir suchen Praktikanten mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik oder auch Richtung Wirtschaft, die gut Englisch sprechen, sehr kommunikativ sind, sich gerne in Teams bewegen, die gerne global operieren, die innovativ sind, die auch Ideen mit reinbringen. Und was auch wichtig ist, Projektmanagement ist natürlich auch eine Tätigkeit, die mal Stress verursacht. Das heißt, eine gewisse Stressresistenz sollte natürlich auch vorhanden sein. Ein Praktikum geht drei bis sechs Monate. Wir bieten auch sehr gerne im Anschluss daran noch eine Abschlussarbeit an zu verschiedenen Themen rund um das Projektmanagement.